jo was geht willkommen zu fort schnauze du machst hier keine anmoderation meine damen joker was hältst ey komm als name story was hältst davon dass der young doom ist der p uns grundlos gebannt hat ja da können wir auf jeden fall eine story erzählen wir waren vorhin auf young doom ist discord der richtig professionelle recht und alles hat mit dem afkarro wo man reden kann ja also nicht durcheinander reden also wir waren da ganz normal drauf und wir haben da gemerkt wir können mit unseren mitglieder rechten also ganz normalen rechten irgendwelche channels erstellen irgendwelche server namen ändern konnten wir könnten alles machen alter wir konnten was alles machen wir ein recht vielleicht mehr dann hätte man sogar jemanden locker bannen können alka konnte sogar ein bot da rein tun nichts gegen young doom ist oder so wenn du echt ich muss muss halt einfach wenn man öffentlichen server macht dann muss man doch echt aufpassen welche rechte man jemanden erlaubt guck mal so sonst kommen solche sonst kommen solche arschlöcher wie wir und wir machen und sowas hier ey lass mal Hotel lass erstmal ne Zille gerund und dann können wir mal wieder ab aussteigen aussteigen jungs dann können wir mal wieder ab ja Junge hier steigen voll viele aus ey Leute hört mal hin na also perfekt an der stelle komplett perfekt richtig professionell Junge da gehen vielleicht vier Leute hin zum Hotel glaube ich ja toll nee oder oder nee keine ahnung ach keine ahnung was der Thema ja ich bin auf jeden Fall da Junge die einer geht echt zum Hotel einer hier ich geh auf jeden Fall zur Schatztruhe einer ist hier einer ist hier ja ich hab nur gescheißen ich hab nur scheiß Revolver alter und ich hab schon mal eine Waffe also komm her ja bei Alkan komm 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 hab den einen Typen tot ne nur so ich glaub es war aber auch nur einer ja ja war es auch nur der ist auch direkt gestorben also heißt der hatte kein Teamkamera das heißt der ist jetzt Qt alleine auf Team oder was ja Holzkopf und und geht zum Hotel super perfekt aber Hotel ist echt ne geile Gegend ne chillig hier und hier gibst du guten Luke ein bisschen hatte der irgendwas ne ne doch Schock kann aber das meine da ist ne Chester oben hat einer von euch nicht gemerkt doch da muss man sich hoch bauen Kim verstehst du ey braucht jemanden Energietrank ok aber nicht so hoch bauen glaube ich ok Mama äh ne Energietrank ja ich ich hab einen hier noch ich hab nur einen da ist ein großer da ist ein großer Energietrank den nehme ich nehme ich mir danke Junge du Wichser ja du bist doch hier schon bei 50 ich bin nicht mal bei 75 Junge du kannst doch eh nicht bis 100 machen ich hätte bis 100 machen können was soll denn der Mist jetzt jetzt haben wir alle 50 fast doch Junge du bist echt ein Wichser Alkan du hast 75 toll Scheiß Wichser alter ich sag dir gar nichts mehr Scheiß Wichser alter ich kann ja ohnehin sein ja Alkan ist das Hurensohn ist auch Hurensohn ist auch Hurensohnig das war komplett Hurensohnig auch aufpassen dort könnten welche theoretisch sein das ist mir scheißegal wenn ich sterbe dann verrate ich Alkan jetzt alter der kann mich jetzt am Arsch lecken du alter die Runde wird der nicht gewinnen die Runde wird der nicht gewinnen ich sag ich verrate alles jetzt alter ja wie denn leu achso wie denn ich dachte mal jetzt ernst da stieß jemand aber wenn du tot bist dann kannst du ja nicht mehr schießen du kannst es nur wieder gut machen wenn du mir jetzt auch einen großen Energietrank jetzt gibst hier gibst hey Joker weißt du was du kriegst das hier oder das hier da warte ich hab noch was oder das hier toll gemacht ist damit der ein so ich glaub jetzt jede Waffe alter die es hier ein Leben gibt damit du keine bekommst aber sowas von getrollt wird nett fickt euch getrollt wird nett wer trollt fliegt ja komm das weiter ja ich hab doch markiert auf der Karte oder nicht ach so da wirst du ja hey das ist doch die nächste starten da ist auch safe zone hört sich doch toll gemacht ich stehe bis jetzt hier noch kein was du hast nein das war eine ja jemand anderes hat geschossen hoffentlich töte der einfach Alcon alter das wäre perfekt ja da vorne ist der ja ich sehe das in zwei ja okay lass erstmal hin lass erstmal hin jungs kommt her da ist Alcon ich will das Alcon stirbt ist mir scheißegal alter dafür dass er den Schild trank jetzt geklaut hat haaa haaa der Loser Wingschie haaa so richtig abgestiehlt der Bond und ich steh leg ich rum hallo da ist einer ich könnte den umbringen wo denn wo denn ich bin bei dem drin haaa alles bis zu gesehen der ultra low hat den 4 hits gegeben der hat auch Hit der hat Energie krank der blockt doch nicht ich bin hier durch Mauer so ja der macht das die sind hier zu zweit Jungs ich sterbe warte ich komm ja wir pushen da auch weiter ich weiter ich ja ich bin ich hab gepusht Deine ist niedergestreckt ja toll alter ja ja bock mal ja beide niedergestreckt ja die sind aber die sind nicht die sind nicht nur zu zweit hab ihn hab ihn hab ihn die sind sogar zu dritt ja siehste wo ist der denn na dir dead low dead ultra low man nice man warte 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 wer ne fack ja ich weiß aber das ultra low ich heile mich du leckst junge jungen joker was machst du da ich muss hier drei Leute kriegen und du stehst da hin ich hab zwei ap alter ich hätte während einem tuschland ton 25 alter außerdem hast du meine waffe geklaut also die fresse als die fresse alter ich hab grad gekaree alter als not ich hab zwei kills alter was willst du eigentlich du hast keinen anderen hab ich auch noch low low gehütet ich hab zwei jahre ich hab drei wie wärst du damit hdp shotgun und ich habe nicht mal eine shotgun hier liegen doch selbst welche dumm oder ich habe doch keine shotgun weil ich habe absolut gar keine shotgun muni wenn du es echt keine shotgun dort habe ich auch nicht liegt da nicht keine rum herrster war schock dann muni wenn du schon gehen kann hast du mit ihnen die heißt ja es ist sogar patronen kommen mehr so leisten bleibt uns jemand hat ihm ist einfach weg jetzt professionell professionell ja man macht aber ich habe eine sniper ich kann jetzt gucken hast du den muni mit der ich habe 33 perfekt wo wollen wir denn jetzt lang einfach mal umspazieren vielleicht sehen wir noch ein obwohl nicht da andere richtung lasst da so in die richtung jetzt muss man weg ja da ich glaube wenig willst du ich glaube nicht mit snipe herum der sniper von hätte von der nähe oder werden die energie haben net und manchmal muss man auch jetzt und es kommt auf die snipe drauf an du hast ja es gibt ja viele snipers ich habe so ein halbautomatisches alles man hätte auf jeden fall nicht aber die haupte die joker willst du du denkst wenn man das hier leckt aber die auch er hat bei mir gerade im augen gelegt taktische schrumpflinte ok nämlich besser ich habe noch auch mal dafür ich habe noch aber nie dafür ja ich guck dir gleich ich bin achts macht nach der runde ist kurz gucken wieso so leckte hier auf da wieso leckten disco drum mal perfekt an der stelle professionalität kommt ich steigere sie noch mal test test 1 2 3 hatte mich ja ja okay sagt mir mal dann wenn es wieder leckt was leck ich ne kommt verarscht so vielleicht ist das server ja auch noch brasilianisch ja ich habe natürlich ich habe auch diesen server auf japanisch eingestellt nicht nur von du bist was man da alles machen konnte ich hab da einfach auf japanisch den server gesteckt hier ist ne chest warte mal ja da oben ja ja egal was das hier wie muss man denn hier bauen alter ich check das nicht guck mal ja musst du wirklich so bauen also dieses drecks laternen ding hey ich komme da wirklich hoch er soll sogar zwei nur eine geöffnet ja wir wollen direkt zwei hingetan gibt's nur scheiße hier hey du spielst mit dieser dreischuss dreischuss ist kacke ich habe sonst nichts drin ich habe ja gar nichts schon mal tanz ist du keine m16 da diese m4 ja die habe ich doch auch aber dann wird die andere doch weg da hast du mehr platz im emmental weil die andere bei die waffen die jetzt das ist komplett gammelig ja ein dreistos ist echt gammelig weil die brauchst du echt nicht die kannst du wegwerfen die ist komplett gammelig ja ich habe sonst nichts was ich ins inventar rein tun kann da ist auf jeden fall und ich nicht mehr kann deswegen macht es doch einfach raus da sind sie auch aber ich bin blauer b mann rechts rechts ich muss mir verbannt da kommt aber ein niedergestreckt da kommt aber noch einer jetzt das springt dich um was will ich dann machen also jetzt mir auch mein energietrank gegeben ich hatte nur ein toll gemacht kinder hättest du bist du so früh gestorben zwei gegen vier wo warst du aber junge du bist echt egoistisch alle kanalte nimmst alles für dich und dann wunderst du dich wieso da war doch nur ein energietrank wie soll ich den aufteilen du holst wie soll ich den aufteilen wenn du nur ein das mit durchschneiden geht es so easy einfach durchschneiden den krank jetzt seit mal den schild dran mir gegeben und hätte es mir gar kein leben betzen hätte ich wenigstens 100 gehabt und hätte die zwei noch umgebracht die energie schon verloren von den ersten kampf du holst hätte ich nicht ich habe genau 80 verloren weil du musstest sogar medie packen war das nach dem kampf gar keine energie mehr sie ist immer ja aber weil ich keine energie krank hatte ich bin ja schon offensieverweiger king spielt total angriff das ist nicht total dumm was den macht da gibt direkt auf fünf leute drauf mussten pushen muss doch nicht du musst doch nicht in die öffentlichkeit gehen beziehungsweise 2 und was du sollst ja nicht so in die masse rein pushen du kannst ja so einzelpicks pushen junge du kannst einfach achten nee du bist einfach du bist auf drei leute zusammengegangen nicht dafür dass das waren zwei immer noch ich kann ja nicht dafür wenn auf einmal 50 leute dann noch vor mir stehen kann ich konstruieren kannst du darfst du was jung ich hab diesen drecksback schon wieder ich könnte ausrasten kann jemand mal irgendwie zehn holz oder so mir besorgen dieser pack muss weggehen ok nevermind ich kann es machen ok drecksback alter hey warte mal was ok ja jetzt geht's nice endlich bei mir sind zwei leute ich kann ich was der drecksback ist kind ich war aber ich war in meinem baum die ganze zeit ich musste irgendwie auf dem boden rein finden oder so zwei sind rechts gleich noch von uns von euch ja ja vier leute hier mindestens in der stadt habe ich schon gesehen ja in dieser stadt sind immer über zehn gefühlt ja aber ich habe die wenigstens gesehen ich kann euch ja der eine kommt sogar glaube ich zu uns ich weiß wo ich weiß ich weiß ich weiß wo die kiste ist ich habe keine waffe gibt mal eine waffe her ich habe es selber keine da unten hatten revolver außerdem da hat man auf uns geschossen ja bei mir ist das ding zu nehmen die sniper war dann muni muni hier ist die muni für sniper guck ich teile joker ich habe das sniper gegeben weil ich eh keine sniper spiel ja jungs wartet mag ich ja ich hab nur eine revolver jungs zu lieber pistole weil ich habe ich bin hier auf dem dach ich gucke ich guck gerade wo hier irgendwelche leute nicht abschieben mit so einem dach hier so rumcampen oder was eigentlich will der kann hast du eine gescheite war für jahre dann gehirn im schild trank was mit der hat doch schon ein bekommen ich habe schon mal den richtigen er gibt er hat doch schon hier hast du einen dann gibt mir den oder gibt mir den doch hey war mal hey nein kimm hat gar keinen was soll der miss ich habe doch gar keinen was ich habe ich habe ich habe extra kann das gegeben weil er wenigstens eine waffe hat weil ich eh nichts mit der pistole reiße jetzt jemand doch aber ich habe ich gebe dir eine waffe ich habe auch nur eine pistol aber ich habe so ein legendary bist du ich habe diese mit schalldämpfer toll jetzt habe ich habe am wenigsten leben und kein schild dazu da kommen ich habe mehr leben ist aber du hast aber ich habe selbst nicht die waffe die du hast eben ich habe nämlich eine gammelwaffe er war dann man das eigentlich nicht mal so klug wieso geben wir denen mit weniger leben die beste war alles ja damit er sich besser werden kann weil wir überleben ja länger hätte sie mir einfach den schild krank geben können hätte ich genauso viel leben wie ihr hier ist noch ein schild krank groß aber kleiner hatte dort und da groß du hast du dich an den stil ich mir jetzt joke er war hier keiner aus dann also wir waren immer nur über ich kann aber gleich gegenüber war einer glaube ich hier ist mit chef die gar nicht mehr ja der ist oben die oben ist noch netter oder ist sicher dass oben der chest ist ja keine gräuße weil ich brauch doch ich hörte dass mich die für mich die hohe obwohl kann ich denn da ich gebe dir meine andere meine andere meine nicht grüne ich habe auch nur keine ja weil ich mir aber die grüne weil du sehen ist einfach um er hat drüben ist gut da drüben ist gut da ist noch eine Sniper Jungs kommt doch keinen Sniper werden doch ein Sniper haben wir zu einem Sniper und er hat da jetzt gar nicht vor allem auch nur eine Sniper ich habe ich glaube da ist sogar noch über den Daten hier was eine Granate geschmissen da ist er noch ein Trank sogar und empfiehlt auch noch ich ließ da mit Granaten und ich habe das ist ach nee das ist die Armbrust 100 Jogger wir zu die Armbrust die müssen langsam obwohl der kreis ist hier bei uns irgendwo einer schießt haben gesehen aus dem Hauler aus Sniper den weg ich nehme mal kurz aus dem weg zu schneiden das ist ein Armbrust ja ja ich habe kein Armbrust Sniper dann baue ich Holz ab ja Jungs wir müssen aber langsam zur Zone die Zone ist gleich neben uns von der Hälfte aber der ist ja obwohl das recht stimmt okay und nicht auf die Zunehmung war der Typ ist er umgesetzt hat irgendwo vom Berg Richtung Berg weißt du hat er geschossen ja ja ich weiß aber nicht ob auf dem Berg ist oder auf den Häusern das war ich halt alles selber nicht nicht dass er gleich irgendwie von der Seite kommen ich habe nicht mehr ob hier noch irgendwo jemand schilder hier lag liegt ja in Blutung war man einfach aufbauen das war immer so wir wollen wenn ich von mir auf jeden Fall nicht okay da vor uns ist jemand da hier links irgendwo irgendwo da hinten ja da kommt der Wichser die kommen die Wichser die zwei Wichser kommen einer hat zwei Hits fuck ich sehe die Mannen der macht Smoke da holen sie von der von der einen Seite hab's gemerkt denn der Smoke ist jemand komm hoch komm hoch komm hoch ab ein Niedergestreckt Deine Slow Mann der Slow zwei ein Hits braucht er das ist bei mir Mann Hilfe hallo Toll Perfekt ja bei mir sind doch auch zwei was für Hilfe ja aber Kim hat ganz her zugeguckt ja die muss nicht jeder teilen das ist voll dumm direkt zu heilen wieso heilen ich war doch noch am Leben gestrickt so gut das meinst du ja ja denn die sind links ne da in diesem Gebäude da wo ich oben war dann geht also nicht ohne unter dir so gesehen ja die hörst du Junge der hat jetzt lower pink unter dir ja Kim los 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 Kim los das war gebetet sein Vater alter los Kim wie wer das macht den kill jetzt da ist er doch los Kim und gegen so ein sterbe ich alles klar Junge bei mir war da auch komplett low wie viel habe ich den abgezogen 210 ja wie viel wie viel der mitschaft gemacht 210 ich habe das gleich gecheckt 310 ich habe 540 ich habe gesagt 210 ich bin doch beim ersten direkt gestorben weil der Typ ich glaube das ist scheiß krank mir geholt habe ne ist eigentlich nicht so gut weil wenn du unter 75 bist ist das wieder feil ich bin gerade mal 80 90 ich sehe ich ich gehe jetzt geht sogar unter 75 und das dann wieder scheiße weil das ist verband niveau weil jetzt könntest du ein verband nämlich auf 75 machen dann den krank nehmen dann hätte so 100 los Kim beweist dich mach jetzt den win beweist dich solo 1 gegen 4 beweist dich Kim los das hat doch eh keinen sinn eigentlich 1 gegen 4 obwohl das sind ja manchmal auch nur einzelne Leute oder so trotzdem ey Joker lass mal Comedy Gold machen und ein wenig Product Placement ich habe so eine Rampe wie nimm anders das ist Jumppad da musst du so eine Fläche bauen und dann kannst du Jumppad rauslegen das stimmt ja Junge ich bin jetzt eh tot alter das willst du machen ey Joker bring mal Product Placement ein wenig raus was gibt es gerade so ein Product Placement angebot die Schlümpfe Haribo ne man ist super das schmeckt so alles klar die Junge Junge ist echt hart los Kim los du schaffst es ich nehme halt lieber Energie mit statt die fucking Crossbow ach so du hast eh schon gesteckt ja Junge Sturmgewehr alter Jan Blau nimm die doch Holz ja toll Holz hat er seine Armbrust dabei nun ich hätte jetzt so was verkackten ja wirst du auch wir geben dir Glück über mir über dir hoch hättest halt hättest halt nicht gebetet wie wenn das wieso gebetet alter nur du warst auf dem Dach alter was zugeguckt ist doch cool ist doch cool wieso perfekt den Stein abgeaimt perfekt okay der war geil ey Kim aim mal jetzt den Busch ab Junge vielleicht hat sich jemand vielleicht hat sich jemand als Busch verkleidet stimmt man kann ja so einen Busch tanken aber der Scheiße das merkt man eh ich wäre glaube ich so einer der würde das gar nicht merken ja wie willst du auch drauf kommen hey man merkt es schon allein weil der Busch wo man sich verkleiden kann eh anders aussieht als die normalen Büsche wer achten denn darauf feiner aber das merkt man schon glaubt mir das merkt man wenn du da vorbeiläust so wie Kim jetzt gerade an dem Bus komm halt die Fresse alter Kim da ist niemand im Busch ey da ist echt jemand ne wie viel hast du gemacht 3 heftiger Kerl du hast mehr Kills als ich alter bist du krass du bist in der der hat auch zugeguckt er hat zudem der 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 war so derjenige der den letzten schuss geben musste junge ich habe ich habe 210 der match gemacht du kannst mir erzählen dass kim nicht die zwei letzten schüsse dann gemacht hat kannst du dich einfach umbringen die gar nicht zu langweilig für den partner nur nur ist macht auch action selbst wenn joker stirbt und ich nur noch lebe ich springe ich in die menge rein und töten mit raketen werfe so macht das halt echt null sinn also mal der rage quittet er wird sich von 200 Metern gesniped damit sollte man noch was mit der jetzt noch auf 10 Minuten stecken das Video oder was toll gemacht aber das ist echt geil guckt Kim Kink guckt zu jeder Ecke ab und er läuft so lange auf einmal so Sniper Schuss Tor so aus dem Mix so wirklich so lautwärtlich aus dem Mix so einfach so Sniper Schuss Tor ich hab so ein Emote Welle Ah Kim ist abgehauen Toll gemacht ja toll dann können wir warte kann ich den als Gruppenleiter kicken wenigstens Okay äh dann spielen wir du mal hinter er ist da jetzt in seinem PC ist er auch raus ich glaub da hat sein PC komplett auch rausgemacht oder seine kaputtgemacht aus dem Fenster geschmissen kann es sein dass immer wenn man mit Kim aufnimmt der einfach abhaut ja man ganz auf bei den Wichsen abhauen abhauen Video ist denn das immer Warteschlangen ist voll bitte umgeduld alles klar Digga alles klar also schlimm für Aribos schmecken echt gut ja ich hab hier das beste Angebot ich hab Solvita Eis Tee Zitrone was hältst du davon schmeckt gut Hammer geil mit der einfachen Sniper steht bei dir unten rechts auch ganze Zeit Warteschlangen ist voll ja ich kann nix machen ja ja Warteschlangen ist voll steht bei mir an der ganze Zeit doch super oder Hammer Leistung das EP ist auf jeden Fall hammer geil 10 Minuten wird jetzt hier gebadet bis Warteschlangen nicht voll ist das wird nicht mal rausgeschnitten weil es ein super professionelles Netzplay wie EOT ist das ist das professionellste EP EU West warum wird mir bei Ding immer noch was angezeigt bei Kim bei was der wird einfach geschnallt haha oh mein Gott Digga jetzt mal no joke was ist das wieso run super professionell auf jeden Fall wie immer das ist mein aller erstes mal dass die Warteschlangen durchgehend voll ist wieso auch immer ach mit V-Bugs kannst du hier bei einem Gegenstandsshop was kaufen oder was mhm warum solltest du das machen keine Ahnung Kosmetik wieso sollte man sich CSGO Skins kaufen ja aber die kannst du wenigstens verkaufen ja keine Ahnung ja das ist ein Gegenargument ja aber für was benutzt man denn die Skins wieso werden nur Skins immer hinzugefügt ja wieso sollte man einen Skins trotzdem kaufen also als den Käufer manche machen das aber wirklich nur wegen dem Profit ja aber als Käufer der den Skins nutzen will wieso kauft man sich denn den einfach zum chillen siehste siehste ja aber den kann man wenigstens irgendwann wieder verkaufen also ist das sowas wie ausgeliehen siehste mal Joker siehste aber dann ist er nichts mehr wert genau von 300 wird er nur noch 1 Euro wert sein sicherlich safe every time every day ohne zum ehrlich wird das hier noch irgendwas mit demokratisch lang ist voll naja das wird echt nix machen wir mal ein neuer und neustand ja warte mal ist das nur in Ruhr war das Team nein war das nicht auffüllen wenn es auch bei Team ist dann eine geistige Binderung um bekannter Fehler Dankeschön spielt Dankeschön spielt Gruppe konnte keine Verbindung aufbauen alles klariger der Abad jetzt die Gruppe rum wegen Kim oder was war mal kurz ich lief mal kurz die Gruppe und sollen hier rein ja ich er ist du 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 ist man noch mal alles klar fortleid hat wieder irgendwelche probleme die machen wahrscheinlich hat irgendwie wieder wahrscheinlich updaten die so ein mb deswegen müssen jetzt erstmal alles hörers da und machen schön alle schönen für einen b naja dann ist ja auch egal das war es mit dem park box nichts mehr tschüss